... sind Ihre Tests unbeaufsichtigt. Bevor Sie nach Abschluss der Tests zum Hyperschlafzentrum zurückkehren, schreiben Sie sich Ihre Ergebnisse auf. Ein Mitarbeiter von Aperture Science wird sich mit dem Aufbau der Zivilisation für ein Interview wiederbeleben. Ja, ist klar. Ist klar. Ich hab nicht mal einen Stift! Und Blatt Papier ist reich nicht! Meine Fresse! Ach, du kacke! Für den Fall, dass die Erde gerade von einem Barbarenkönig, eine empfindsamen Wolke oder sonstigen vernunftwidrigen oder unfähigen Instanzen regiert wird, wird sie... Okay. Na bitte! Geschafft! Ah, hi! Auf dem Podest da müsste eine Portalkanone liegen. Ich sehe sie aber nicht. Ei! Alter! Siehst du die Portalkanone? Außerdem, lebst du noch? Das ist vielleicht sogar noch wichtiger. Weißt du, was ich mache? Ich gehe einfach mal davon aus, dass du noch lebst und warte weiter vorne auf dich. Ich warte, ich warte eine Stunde, dann komme ich zurück. Und falls ich deine Leiche finde, werde ich sie begraben. Guck mal, was da liegt. Also los da, wir sehen uns in einer Stunde, hoffe ich, wenn du nicht mehr wirst. Schön. Ich bin ein Kletters mit dem Kuchen. Sehr merkwürdig. Ach, guck mal. Bisschen lecky. Auf einmal. Okay. Okay. Einige Notfalltests erfordern eine ausführliche Interaktion mit tödlichen Militärandroiden. Keine Sorge. Den Androiden wurde das Lesen beigebracht und eine Kopie der Robotergesetze bereitgestellt, die sie sich alle teilen. Jetzt haben wir auch noch Robotergesetze. Klar, klar. Ich muss nach vorne. Dann muss ich das vorher schießen. Das hebeln. Gut. Wenn Sie das Gefühl haben, dass ein Militärandroiden Ihre Rechte nicht gemäß der Robotergesetze respektiert, tragen Sie dies in Ihr Protokoll ein. Ein zukünftiger Mitarbeiter von Aperture Science wird sich dann um den lästigen Papierkram kümmern. Ja, klar. Ich mag das Spiel. Die Pause ist schon wieder im Weg. Aperture Laboratories. Der nächste Test ist sehr gefährlich. Um zu vermeiden, dass Ihnen die Gesichtszüge entgleiten, folgt nun ein wenig Jazzmusik. In drei... Nein, kein Jazz. Nein. Nein. Ja. 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 Nein. Nein. Ja. Ja. Ah. 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 Das muss da einfach sein. Ich habe hier den Würfel. Ah. Da ist er. Die Tür ist auf. Dann. Mal gucken. Da oben ist ein Würfel. Da oben ist das Tor. Das ist schon mal klar. Irgendwie muss ich da hoch. Wie? Da ist man. So. Dann haben wir noch einen Zweiten. Ups. Dann brauchen wir noch einen Zweiten. Was ist da unten noch was? Ach guck. Da ist er. So. Da ist er jetzt da. Das heißt, ich... Da ist er weiter unten. Dann kann ich den... Dann hier. Gute Arbeit. Da es sich bei dieser Nachricht um eine Aufzeichnung handelt, beruhen alle Aussagen zu ihrem Erfolg auf reiner Spekulation. Mit dekorieren Sie unverdientes Lob. Ja, ja, ist klar. Reine Spekulation. Alter! Ich mache nur alles kaputt hier. Gibt es hier? Hä? Hä? Warte mal. Ach, verdammt. Ich bin ein bisschen blöd. So. Lade Screen. So, ich mache denn jetzt gerade einen Cut. Und, äh, bevor er euch das sagt. Äh, und ich wünsche euch dann auch noch einen schönen Tag. Und dann sehen wir uns beim nächsten Partport. Ihr könnt mir gerne was in die Kommentare schreiben. Wenn ihr das so gut findet. So, gerade mal Pause machen. Und ich wünsche euch bis zum nächsten Mal. Tschüss!